Jetzt geht es richtig zur Sache, das heißt, alles geht nach oben auf den Airbrain und damit wir ein sicheres Gefühl haben über diese Rennung und dann freuen wir uns auf die Chakra-Gaga. Auch dahinten im Covid-Bereich, also die Kinder da auf den Erdweil, auf den ersten Sicherheitsfall, es ist nichts zu glauben. Bitte hoch auf den Erdweil mit den Kindern und damit wir das Rennen hier starten können. Oh, können wir hochschütteln. Wir sind in der Prinsen der Stofferfahrt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.